Komme jetzt in eine bequeme Sitzhaltung, mach dich noch einmal lang, gerade wirf es heute, lege deine Hände sanft auf den Knien ab, schließe die Augen, damit du dich besser wahrnehmen kannst, denn der Blick ist heute nach innen gerichtet. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Gibt es irgendetwas, das dich belastet, bedrückt oder vielleicht fühlst du dich auch gut? Atme jetzt tief ein und aus, spüre nahe, lass den Atem ganz natürlich fließen, lass dich auf diese Melodie ein, lass dich tragen von den wundervollen Worten, das es lief ist, nimm mir jede Söhne in deinem Herzen auf, spüre nahe, lass dich jetzt tragen von der wundervollen Musik. Ich weiß nicht, was ich tun, was ich tun, ohne dich zu tun? Du macht mich schreit, was du tun? Mein Leben war groß, wenn du dich ausgedrückt, wie die Wolne ist, die Sonne, wir uns nicht so interessieren, Atme jetzt wieder Tinas an und aus. Bei jeder Einatmung fühlst du die Arme seitlich über deinen Kopf. Bei jeder Ausatmung fühlst du die Hände vor Fernsehen in Namaste. Mache das einige Male, spüre nahe, spüre jeden kraftvollen Atemzug und die sauerstoffreiche Luft aufnimmt, diese Atemzug. Spüre die Energie, die jeder Atemzug dir gibt. Bei jeder Einatmung fühlst du die Arme seitlich nach oben, über deinen Kopf verschränkst du die Hände. Atmest aus, die verschränkten Hände bewegen sich vor dein Gesicht, dein Rücken rundet sich. Atme wieder ein, die Wirbelsäule rüftet sich aus. Die verschränkten Hände wandern wieder über deinen Kopf gestreckt. Das machst du jetzt einige Male. Spüre, wie sich deine Wirbelsäule mobilisiert. Spüre, wie sich deine Wirbelsäule mobilisiert. Mit der nächsten Einatmung hebst du den linken Arm seitlich nach oben, streckst dich Richtung rechte Flanke. So mobilisierst du die linke Flanke. Mit der Ausatmung führst du den Arm wieder nach unten. Das wiederholen wir jetzt dreimal. Und im Anschluss wechseln wir die Seite. Und du machst das mit der rechten Seite. Einatmen, den rechten Arm über die linke Seite führen. Ausatmen, Arm wieder hinlacken. Auch hier, dreimal. Mit der nächsten Einatmung hebst du beide Arme schulterhoch. Atme aus, führ die Arme nach vorne. Runde dein Rücken. Atme ein, mach dich gerade. Bringe die Arme so weit es geht nach hinten. Atme wieder aus, führ die Arme nach vorne. Runde deinen Rücken. Atme wieder ein, öffne. Wiederhole das einige Male, um deine Herzenergie zu aktivieren. Cause every day is something new, if I spend it with you, with you, with you, with you, oh I want you right now, oh I need you right now, oh I need you right now, oh I need you right now. Spüre nach. Wie fühlst du dich jetzt? Es geht in dir vor. Spüre einfach nach. Oh I want you now, 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 my world is spinning round, 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 and I want you now. My world is spinning round, 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 oh I want you now, 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 my world is spinning round, 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 and I want you now. And I want you now, 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 and I want you now. Arme weit. Atme aus und schließe dich ganz fest in deine Arme. Wiederhole das einige Male. Schenke dir Liebe. Es geht um Selbstliebe. Schenke dir ein bisschen mehr, du Freund. Wir alle haben etwas mehr Liebe für dich. Also, feiere dich. Umarme dich. Schenke dir Liebe. Ich halte dich ganz fest in deinen Armen. Wiege dich. Im Takt der Musik. Lass dich drauf ein. Lass die Musik in dein Herz. Und lass die Liebe in dein Herz ziehen. Ganz egal, was jetzt passiert. Du bist heute nur für dich hier. Es geht nur um dich. Wiege dich in Liebe. Schenke dir Selbstliebe. Atme noch mal ein. Hebe die Arme seitlich. Atme aus. Bringe die Arme nach vorn. Atme wieder ein. Mach dich groß. Und wenn du jetzt magst. Verrührst du dich sanft. Schenke dir Liebe. Spüre nach. Fühle dich. Und du, du sanft mit deinen Händen über den ausgestreckten Arm fährst. Mit der rechten Hand über die linke Armhälfte. Über deinen Kopf streiche dich. Berühre dich. Um dich etwas mehr zu spüren. Dich wahrzunehmen. Schenke dir die Aufmerksamkeit und Liebe. Wie gut fühlt es sich an. Was spürst du dabei? Beater. Beater. Sie sind abonni. Ich bin im 아 worn. Sie ist ein selection. Und für eure Teile. Aber für mich im Nähe. Und für diese Lage. Höfe all lawsuits. Welche Kraft ist ein neues Atme wieder ein, hebe, verschränk die Arme über deinen Kopf, atme aus, öffne die Arme, lass sie sanft niederfallen. Verschließen sie wieder vor dir bei der nächsten Einatmung, wiederhole es, lass die Energie fließen. Nächsten Einatmung hältst du die verschränkten Arme hinter deinem Kopf, mit der nächsten Ausatmung führst du die verschränkten Hände vor dein Herz. Atme ein, bringe die Hände deinem Herzen her, atme auf, strecke sie davon, atme ein, bringe sie wieder zu deinem Herzen. Mit dieser Übung aktivierst du die Energie, den energetischen Fluss, der dein Herz stärken soll. Spüre noch einmal nach, nach dieser Übung, lege deine Hände auf dein wundervolles Herz, spüre dich, spüre dich ganz intensiv. Lass die Liebe in dein Herz kehren, alle Wunderschöne, alles was jetzt dir gut tut. Lasse es zu. Lasse es zu. Rette dich jetzt in die Rückenlage auf deinem Herzen, strecke dich ein und atme wieder ein und aus. Lasse dabei deine Hände über deinem Körper bleiben. Brühre dich, schenke dir Liebe und voll mit deinem Streichel anhalten. Spüre nach, wie fühlt es sich für dich an, was fühlst du? Lasse es zu. Es geht darum, sich selbst näher zu sehen heute. Schenke dir selbst Liebe. So tell me where we go from here, oh tell me where we go from here. Tell me where we go from here. Lasse deine Hände jetzt langsam zur Ruhe kommen. Leg sie seitlich ab, um im Shavasana anzukommen. Genieße nach. Wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich ein Stückchen weicher, sanfter, ruhender? Fühle nach. Stärke deine Selbstliebe. Lasse dich jetzt von den Klängen weiter forttragen. Schöpfelcerer. Manja. Du bist jetzt die Hände. Du bist da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Komme sanft wieder hier an, lass Leben in deinen Körper treten, bewege dich leicht und sanft, wecke deinen Körper liebevoll auf. Und komme dann in die Seitenlage, richte dich langsam auf und komme in eine bequeme Sitzposition. Lasse gern noch deine Augen geschlossen. Spüre nach, atme wieder ein, bewege die Arme seitlich nach oben, atme aus, führe sie hinab. Mache das einige Male in deinem Tempo und bei der nächsten Einatmung fühlst du sie ins Namaste vor dein Herz, vor dein wundervolles Herz, das die Welt berührt. In Liebe für dich, für die Welt, für uns alle. Namaste. Musik 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 Musik